Die Laufzeit beträgt 8 Minuten, das heißt, und das heißt, Der Kneipp! Der Kneipp! Was macht er denn das Spiel? Er ist geschnacht noch später! Ich bin eigentlich ganz gut dabei! Hallo! Der Lippe! Der Lippe! Der Lippe! Der Lippe! Das ist also Schöneweg 1, Mannschaft B, Schöneweg 2. Die beiden werden also im ersten Wettkampf gegeneinander antreten. Dann TV Delphic gegen Du Bois. Dann wird also an E. Schöneweg 1 gegen Schöneweg 2. Einmal ein bisschen Mathe und einmal anders hoch. So, seid ihr wie genau die Menschen sind? Dann lasst ihr da stehen! Dann! Markus, bitte zur Information! Sieh auch! Sieh auch! Sieh! Sieh auch! Mach ich! Mach ich gerade! Sieh auch! Sieh auch! Komm ich mach auch! Komm! Komm! Hör über Sachen wieder mit der Sascha! Hey! Sag mal! Hast du die Fahrung schon durchgesagt? Ne! Wir brauchen noch nicht! Hey! Jetzt und fang! Mann! Göt! Wir brauchen brecher Räscher und Nase! Nein! Muhammad, Baba! ำ die extends more! Dann komm, jetzt machen wir das Haus! Wieder Flallye! Dieser nicht rein! Michael, hast du die Startliste? Meine Damen und Herren, wenn die Ringe so nett sind, einen Moment warten. Ja, seid so nett. Wir machen das immer so, dass die Leute Zuschauer sehen können, wie das auf einer Ringer Mannschaft so abläuft. Ich kann TV Delwig vorstellen, teilweise Landesmeister, Bezirksmeister und Teilnehmer an deutschen Meisterschaften und die zeigen einiges von ihrem Können. Zuerst werden wir uns etwas aufwärmen. Bitte anfangen. Langsam rumlaufen. Langsam, langsam. Führt zur Abstände. So, jetzt. Jetzt laufen wir rückwärts. Einmal. So, meine Damen und Herren, ich muss gerade mal unterbrechen hier, obwohl das Ringen weitergeht. Wir haben einen Sieger und zwar eine Tunnel und 22 Zentimeter für Schönebeck 1. Ist das richtig? Bravo! Vielen Dank. 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 Vielen Dank.